Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3 mit mir, dem Pete. Und wir sind ja in einer Situation, die so fucking unfair ist, dass ich bestimmt 8 Milliarden Mal gestorben bin. Nenne ich ganz so extrem, aber wir haben zumindest einige an Pillen verbraucht. Hat der vielleicht noch den... Ne, hat der nicht. Ich dachte, der hätte vielleicht noch den Raketenwerfer, auf den der am Ende der letzten Folge auf mich geschossen hat. Mit dem der... Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Ich bin so verwirrt, ich bin so aufgeregt, dieses Spiel macht mich fertig, meine Nerven ertragen das nicht. Aber es ist ziemlich awesome. Das größte Problem, das ich habe, ist meine Munitionssituation. Hm. Naja, was will man machen? Ich habe jetzt zumindest mehr als eine Armee, die eines Königs würdig wäre, umgelegt. Als ich den Spot herkomme, kann ich eine Sprache hören. Ich habe dich nicht in den Momenten. Dann habe ich geworfen, dass Marcello hat sich mit einer Anfasiung mit einem Geldverdachtigen, und mit Fabianus'vVER知. Ich habe nur ein bisschen ich verstanden, aber es waren nicht gut. Ich habe nicht gewohnt, dass ich eigentlich nicht mehr so fühlt. Ich habe auch nicht geguckt, dass ich viele Armee bin, aber es gibt nicht jetzt. Ich habe nur eine Anmachtesbekannte, dass ich mir fühle. Holy shit Papa! 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 Ich bin in die Brüder! Ich bin in die Brüder! Hier war ich wieder, mit dem Tod sich um mich verbringst, standen gegenüber einer anderen totten Mädchen, die ich versucht habe, sich zu schützen. Wir haben nur einen kurzen Zeit verabschiedet. Wir haben nur einen kurzen Zeit verabschiedet. Von jetzt hat sie länger tot, als ich sie wusste. Ich habe mich noch nicht wirklich verabschiedet, für die Mona-Business. Aber ich wusste, dass es nur die Schmerz. Die Schmerzigkeit, die zu verlieren, die Leben du hast. Michelle, ich erinnere mich, mit jedem Teil meiner Leben. Ich verabschiede die Welt, für mich nicht mit ihr zu töten. Und ich verabschiede mich, für das zu passieren, für sie und unsere kleine Mädchen. Aber ich wusste, dass ich die Stadt verabschiedet habe. Entschuldigung? Max Payne? Anscheinend. Haben die überhaupt gar keinen Respekt? Motherfucker! Anscheinend. All of the sudden, I didn't need that time by myself. Passos was down the hill, and I had to catch up to him. Ernsthaft? Okay. Laufen wir über den Friedhof, und töten viele Leute. Leute? Ah, von da. Drei Mann in einem Sprung? Wenn etwas zu Passos passiert, dann wäre es meine Verantwortung. Ah, da bin ich gerade selber schuld. Da bin ich voll da reingelaufen. Ah, da hinten ist einer. Verdammte Mafia Typen. Oh, 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 Ingram, Ingram, Ingram. Du bist tot. Oh, Jesus, man. Ich wusste, dass ich da nicht hätte, und dass Passos hätte ich den Preis für meine sentimentale. Entschuldigung. Ich habe zu sagen, du bist gut. Du bist okay? Ich werde, wenn wir hier rauskommen sind. Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht diejenigen, die DeMarco senden. Ich habe das Gefühl, auch. Alter. Ich habe das Gefühl, ob meine Glück war, wenn ich herausgefunden habe, dass es eine lange Zeit hatte. Das ist weshalb ich hier war. Da ist er! Der Mann, der Mann ist mir! Das ist es, es gibt jemanden, die zu identifizieren, den Locken zu finden. Du bist gut? Ja, ich bin okay. Scheiße, die Wand, dann wollte er mich eigentlich komplett verarschen. mit kleinen Noten. Ja, genau! Bitte, lass mich nicht wieder von ganz vorne anfangen. Danke. Oh, ich werde sterben. Ah, vielleicht auch nicht. Wir müssen rauskommen, Mann. Ich schaue nicht zu gut auf, dass ich die Beteinigung beackt habe. Oh, shit. Das tut mir leid. Oh, shit. Das tut mir leid. 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 Ich habe das nicht. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Guck mal, in die eine Richtung wird man von der anderen getötet, oder was? Komm, ich spiel jetzt einfach mal so weiter, scheiß drauf. Wow. Und cool. Da hab ich aber heftig einen draufgekriegt. Wow, nett Entdeckung gesprungen, hä? Was sagen wir dazu? So, next one, please. Das war eine coole Kamera-Einstellung. Oh, alter Schiff. Ja, brauchst du mir nicht zweimal sagen, buddy. Außer, dass ich mir hier... Die Helft mit der Grief. Auf der Gte! Hey, komm, wake up, let's go. Oh, yes? Hey, how you doing? You heard about the thing? Hundred thousand dollars. I'm not fucking around. Not either. You know what? I don't trust Joey. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, 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 but how are we gonna know who after him, huh? I got hollow points. Look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. Alright? Alright, fair. Fix him. I look like a fucking social student. Okay. We'll work it out together. Okay? Look, cuz. I won't even do this. I'm not giving no handouts. I'm not asking for a handouts. We're out here working. Whatever, whatever, shut up, whatever. So chillin in your head. Are you serious? Alright, just look, just look. Go, 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 go. That was professional, huh? And then I got a fuller of smoke. I got a fuller of smoke. Ah, jetzt haben wir mal eben alle Auftragskiller getötet. I meant to follow. Ja, dann, wenn ich hier nichts anderes als eine Schotty gibt, nehmen wir die Schotty mit, natürlich. Obwohl ich damit nicht hundertprozentig zufrieden bin. Oh, wow. Peter guckt erstmal komplett in die falsche Richtung. Ja, das habe ich mir gerade auch gesagt. So. Da ist der Nächste, der auf mich wartet. Oh, den wollte ich gar nicht angreifen. Oh, fuck. Damit hätte ich rechnen müssen, eigentlich. Ja, das weiß ich auch. Aber was soll ich machen? Mir geht's nicht so gut. Ich habe nur noch zwei von diesen verkackten Pellenboxen. Ich fühle mich da teilweise wie Dr. House. Er schluckt ja auch die Dinger wie, keine Ahnung, wie Bonbons quasi. Oh, da hinten ist wieder ein neuer. Yes! Zwei Pellen! Sehr gut! Jetzt fühle ich mich wieder etwas besser in meiner Haut. Gut, wie man sich halt fühlen kann. Es ist cool, aber nicht. Du sagst mir nicht, es ist cool. Hast du Max Payne? Er ist beufuert. Warum? Du bist Max Payne. Ich dachte, er war Max Payne. Verweist zu Hause, beobachten, hm? Hey, du machst noch ein Mal und dieser Mann, der verdammt ist, wird zu weufuert. Keine gute Situation. Bin ich ice cold, oder was? Bin ich ice cold, oder was? Bin ich ice cold, oder was? Einmal alle töten, oder was? Null Probleme mit mir, doch immer. Ja, Shotgun auf Entfernung ist keine gute Idee. Hey, danke, Bro! Holy shit, was ist hier los? Keine Frage, einfach raus, okay? Das klingt, wie eine fucking Krieg passiert. Einige peinste Lade, die auf der Schraubendreher sind. Sie haben sich gefragt, warum es plötzlich mehr Böse gibt, Wie machen wir das jetzt? Achso, ja gut, warum nicht? Wie ist denn der da gerade runtergefallen, der Bob? War jetzt so gut. Ja, ich arbeite dran. Ich bin ein zu weit gegangen. Alter, das Spiel ist kein Spaß manchmal. Das ist der einzige Weg durch. Wenn ich lege, Kumpel, kannst du auf ihn gehen? Das ist jemandem zu glauben. Hey, Kumpel! Nicht lassen sie dich ausreißen. Ich brauche Kumpel! Okay, okay, so weit so gut. So weit waren wir gerade schon. Ja, den Spruch kämmert schon, Bitch. Oh, fuck. Mein Grabstein verabschiedet sich gerade. Vielleicht ist die Shotgun doch noch nicht so ganz die richtige Wahl hier gerade. Okay, ich werde dich wiederholen. See if you can flank it. Get a shot! Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Das sind die Winduers kommen. Okay. Also. Schaut. 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 Schaut die Stärken! Schaut. Schaut. Achso. Was will der von mir, der Junge? Ich bin left gegangen. Achso, das will der von mir. Oh Gott, ich glaube, ich habe den voll in die Weichteile geschossen. Oh oh. Wir sind hier, um zu schlafen. Nicht so sehr erfolgreich, wie es sich umgekehrt hat. Sprech! Egal, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wie jedes Mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute!